Einsteigen, Sitzplatz finden, zurücklehnen und Podcast hören natürlich. Dass Züge sich nicht nur super eignen, um einen Podcast zu hören, sondern auch um einen Podcast aufzunehmen, das zeigt unser heutiger Podcast-Tipp. 6.53 Uhr ist es. Wir sind richtig früh am Morgen. Ich sitze in einem IC, also einem Intercity und mir gegenüber sitzt eine Frau. Die lieber im ICE gesessen hätte. Die ich vom Hörensagen kannte, aber auf die Vorbereitung für diese Folge von heute kennengelernt habe. Ich kann nur sagen, wow, erstmal schön, dass du da bist, liebe Düzentekal. Dankeschön. Geht es dir gut? Ja. Warum ist der ICE besser als der ICE? Weil er schneller ist. Dir geht es gar nicht um den Komfort, sondern um die EZ. Tatsächlich, genau. Das ist ein Riesenthema gegenwärtig. Das sind die Menschenrechtsaktivistin Düzentekal und der Moderator Sebastian E. Merget. Ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM und wir empfehlen euch heute Unterwegs mit. Für Unterwegs mit begleitet Podcast-Host Sebastian E. Merget alle zwei Wochen prominente ReisegästInnen auf deren Zugfahrten. In dieser Folge ist er unterwegs mit Düzentekal. Und zwar von Berlin nach Hannover. In Hannover spricht Düzentekal beim Innovation Camp gegen Fachkräftemangel, das von ihrer Bildungsinitiative German Dream veranstaltet wird. Keynotes, Podcasts, Besuche in Schulen, Interviews. Düzentekal reist viel umher, um sich für Menschenrechte und Freiheit einzusetzen. Um aufzuklären und Rassismus, Antisemitismus und Islamismus zu bekämpfen. Das ist für die Journalistin und Aktivistin kein Job, sondern ihre Berufung, erzählt sie Sebastian Merget. Der Wille hat mich dahin gebracht. Also es war nicht nach dem Motto Kismet, so nennen wir das ja immer, Schicksal. Es musste so kommen, wie es gekommen ist. Nein, das ist Wulschiss. Ist dir zu einfach? Ist mir zu einfach. Ich glaube, dass wir eine Verantwortung haben und eine Selbstwirksamkeit. Und deswegen wundere ich mich manchmal über den Weltschmerz in Europa, weil ich so denke, ausgerechnet hier, Leute? Weil es uns so gut geht? Ja, na klar. Also ich habe immer nur ganz viele Chancen gesehen. Und ich weiß, was für ein Privileg das ist. Ich bin auch ziemlich deutsch. Ich merke das darin, wie ich kämpfe. Also auch für diesen Rechtsstaat. Und das irritiert meine auch hochton-deutschen Freunde, weil die dann immer denken, was ist denn mit der? Aber ich weiß, was für ein Geschenk unsere Demokratie ist, unser Grundgesetz, unsere Rechtsstaatlichkeit. Und sie weiß, welche Gefahr davon ausgeht, wenn wir nicht achtsam mit unseren Werten und unserer Freiheit umgehen. Dafür will sie sensibilisieren. Es geht darum, vorzuleben, was die Antwort sein kann von uns als Gesellschaft. Und ich bin davon überzeugt, und das soll nicht pathetisch gemeint sein, dass das nur der Zusammenhalt und die Menschlichkeit, und zwar die universalistische, sein kann. Und das ist das, was wir immer wieder auch tagtäglich selber versuchen müssen. Ich kenne das Gefühl von Ohnmacht und Hass. Ich kenne dieses Gefühl, wenn das langsam in dich hineinschleicht. Und das ist, da müssen wir entgiften. Als Gründerin und Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins Hava Help kämpft Düsentekal für eine bessere Welt. Eine Welt, in der sich jeder Mensch unabhängig von Geschlecht, Ethnie oder Glauben selbstbestimmt und in Sicherheit entfalten kann. Für ihr Engagement wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Aber neben Preisen erhält sie auch viele Drohungen. Wie geht sie damit um? Ich bin das gewohnt, das gehört zu meinem Beruf, dass ich Nachrichten bekomme, die grausam sind. Weil ich, wie gesagt, Projektionsfläche bin, weil die Leute nicht mit meinen Aussagen einverstanden sind, wenn ich sage, das ist eine Terrororganisation oder das hier ist Entmenschlichung oder ich stehe an der Seite meiner jüdischen Freunde oder palästinensischen. Man macht ja im Moment alles falsch, egal was man macht. Und dann habe ich eine Nachricht gelesen, die mich ein bisschen ausgenockt hat. Könntest du sagen, was das war? Also im Grunde genommen war das so ein Aufruf, dass man mit mir machen kann, was man will. Und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt mit dieser Nachricht? Und ich habe es konfrontiert. Ich habe dieser Person dann geschrieben, dass wenn mir jetzt was passiert, er auf jeden Fall eine Mitverantwortung trägt. Und dann habe ich geschrieben, ich sehe dich als liebenden Ehemann und Sohn. Wie kannst du mir sowas schreiben und mich so zum Abschluss freigeben? Ich will das nur wissen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man Menschen konfrontiert, egal wen, dann passiert plötzlich was. Sie merken, oh, der Mensch ist ja echt. Und dann hat er das relativiert und hat es gelöscht. Wie schafft Dysentekal es, sich nicht unterkriegen zu lassen und die Hoffnung nicht zu verlieren? Wie hat die Autorin Ronja von Rönne ihre Angststörung überwunden? Und wie denkt Moderator Steffen Halaschka über den Tod nach? In Unterwegs mit hört ihr Gespräche mit prominenten ReisebegleiterInnen aus Pop, Kultur und Gesellschaft. Im Februar 2023 ist der Podcast in die dritte Staffel gegangen, die von Sebastian E. Merget gehostet wird. Seine Vorgängerin und Host der zweiten Staffel war die Journalistin Salwa Homsi. Und durch die erste Staffel als Gastgeber geführt, hat der Journalist Michel Abdullahi. Unterwegs mit erscheint alle zwei Wochen am Freitag und ist ein Podcast von DB Mobil, dem Kundenmagazin der Deutschen Bahn. Und wer diesen Podcast hört, hat auch schon mal mit einem Gespräch einen ganzen Zugwaggon unterhalten. Aber natürlich nur außerhalb des Ruheabteils. Das war der heutige Hörtipp, frisch aus der Redaktion vom Podcast Radio Detektor FM. Wenn euch unsere Tipps gefallen, schenkt uns doch ein Like in eurer Podcast-App oder schickt uns eine Mail an podcastpodcast-at-detektor.fm mit eurem Lieblingspodcast. Dieser Tipp und die Moderation kamen von mir, Carolin Breitschädel. Redaktion Ina Lebetjev und Doreen Rothmann. Produziert hat die Folge Florian Brexler. Wir hören uns.